willkommen zurück zu einer neuen folge empirien dem galactic survival und wir sehen da das kleine ist easy petrol schiff was wir auch schon mal gesehen haben eben ich habe mich hier jetzt über ein zwei tage glaube ich also in geben tage hier eingebuddelt und das ding wird ja ich weiß nicht warum das hier immer ringsherum das macht hier immer verschiedene rundkurse denn eben also das fliegt hier 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 lang und dann macht es mal so lang oder vielleicht mal so lang eben dass ich jetzt mir hier total 11 und versucht hier mein kern wegzuschießen eben und das denke ich mal wird auch das problem sein dass der kern einfach zu weit ist eben also zu sind zu sichtbar ist das kann ich mir bloß vorstellen wir haben das da versucht das petrol eben der den kern weg zu bauen eben und ja da muss ich wirklich überlegen weil ich kann aber leider noch nicht hier irgendwas bauen ich wollte zumindest hier erst mal zumindest in ganz spätten können schweig da im konstrukte bauen wird sich noch für die fraktion habe ich doch schon längst gemacht ja habe ich doch schon gemacht jungen hey 309 und der schiff haut ab nämlich weil die da das habe ich ja noch schon weil ich habe mir das erst mal jetzt alles eingepackt kubo kubo weitband so lassen wir das jetzt zumindest noch durchlaufen weil das für zumindest schon mal hier so ein zwei sachen mit kraften können dass wir doch eigentlich in richtung ja konstruktor tank und generator das sind so eigentlich die drei sachen die wir wirklich gebrauchen bei den kern habe ich noch den würde ich dann weiter hinter setzen und den hoffen dass da das schiff nicht mehr so oft bekommt eben muss man aber sehen sieht man ja ich brauche noch mit dem bio sprit das ganze und verein kann ich hier zumindest noch noch mal erst mal drei stück das ganze ja lassen wir das ja noch durchlaufen die 39 stück das sieht ja relativ schnell denn weil wir brauchen verschiedenste sachen ja hier noch wir fangen erst mal mit den kabel elektronik metall komponenten kabel metall komponenten kann ich machen eben kabel brauche ich kupfer für eben elektronik brauche ich kupfer und silizium so also ich brauche so kupfer und silizium brauche ich noch das sind so zumindestens ja gut habe ich noch ein kupferbohrn ein tascosiumbohrn toll die wolle zu ach so das ganze auch mal rinschmeißen das ganze weil dann würde ich zumindestens hier erst mal in richtung was silizium habe ich ja vor die tür vor die tür und kupfer würde ich weil nach dahin ist glaube ich das scheiß wessel ab hier haben ja gucken da schwebt es nämlich noch und dreht nämlich dahinten immer um so das finde ich einfach nur zum brechen ist das weil man hier zu nichts kommt ja das scheiß ding schwebt immer hier über meinen kopf drüber und das ist total scheiße sage ich so wie es ist metall stücke 5 eisen waren ach du scheiße ich brauche ja noch 4 4 metall komponenten ein eisen und ein kobalt waren metall komponenten wie viel brauche ich davon metall komponenten 10er 4 12 ach du scheiße ja da fängt es doch schon wieder an mit ein stück hier also machen wir so oder suchen wir brauchen ja mindestens 20 stück davon eben machen wir erstmal 10er eben kommen jetzt 2er raus hui kupfer kann ich auch eins machen eben und ähm ähm da haut es wieder ab denn ja er soll ja auch abhauen weil man kommt wirklich zu 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 ja nicht und das ist ja sehr stark man sagt wenn ich jetzt hier raus renne a kann es ja weit schießen ja was machen wir denn verblüder weise denn da eben wenn das hier eben so umgeistern tut weil wenn nicht ich habe 357 ein bisschen nahrung habe ich denn probiere ich mal hier darüber zu springen ganz kurz die schick als station zu nehmen zu flüchten äh weil ich brauche ja kobalt und hast du nicht gesehen brauche ich auch noch alles ähm hoffe dass eben da das blöde misstvieh mir nicht hinterher eilt sondern da schön schön liegen bleibt alles weil hier drüben habe ich auch noch mal silizium etc ist zwar ein bisschen weiter weg alles aber na gut wenn ich so oder so noch eisen brauche kobalt dann kann ich hier auch die dreierreihe also die viererecke machen gleich mal dann habe ich wissens für meine ruhe ähm hole eventuell noch magnesium bin ich zwar in einer region die relativ gut bevölkert ist sag ich mal aber äh was soll jetzt ja zuerst mal da muss ja irgendwie wie vorangehen sag ich mal da können wir jetzt auch kein kind der traurigkeit sind da müssen wir jetzt irgendwie durch und kämpfen 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 eben weil der ja so ja doch relativ schwierig oder auch hart eingestellt ist eben hat man ja schon gemerkt wie viel schuss man dafür so eine kleine spinne brauchte und dann erwischen die ihn noch 20 meter ja und weil ich bin so oder so kind wie durch schütze und dann sind die so schnell die mumpeln an die zähne deswegen ich muss unbedingt noch ein sturm hier wieder basteln dass ich da ein bisschen besser an ja an durch das kraft auch ein bisschen habe also einfach nur mehr mumpeln hintereinander abfeuern kann eben nicht nach jedem zehn schuss eben danach lernen muss man hat den doppelt so viele sind zwar auch doppelt so schnell weg dann aber jetzt oh hallöchen kleine spinne bin ich das wird eine interessante stoffe werden ich weiß ja nicht wie auf die dumme idee gekommen ist das so schwer einzustellen ja naja wird er schon seine gründe haben oder radioaktiver nebel eher das wird sie jetzt von mir ich will hinten an das kupferrand zumindest ist da hohes flachland radioaktiver nebel hier eher 4 1 eher so mal scheiße ist das doch er wir haben wir 4 4 ich werde schön verstanden halt kriegen wir das hier höchstens hin dass sie im flachland ein bisschen besser zu bekämpfen sind oh so getroffen oh so getroffen ich bin sogar super leidut er ich habe ja jetzt schon relativ gut getroffen gleich mal das ist schon ein bisschen hardcore das ganze hier 5,4 radiation eher bis 8 darf es jenen ach so die sind die sind ja gut drauf sag ich mal außer mein schiesse an das würde ich jetzt hier keinen empfehlen ja ihr seid lieb ich tue euch nichts warum ist denn hier radioaktiver nebel schon bei der 6 1 das ist doch jetzt mal kacke hier also ihr seid auch lieb hier oder nur ein bisschen magnesium formen jetzt habe ich natürlich auch meine scheißdings nicht mit hier noch mehr ich könnte gott es nie ja guck mal stern snuppen große stern snuppen die aua machen 6,8 6,9 ja braucht doch keine sau hier 7,5 7,6 7,7 warum ist das jetzt so weit unten hier 7,9 und gleich bin ich tot ja da steigt das ja nur bis 8 da habe ich ja 8,1 ich glaube bis 9 jetzt oder sowas dann steigt so langsam meine radi-ration-nevel re-u-lation ne also meine verseuchung denn sozusagen eben ja ja nur ein bisschen magnesium für 1,2 jetzt fängt ja der scheiß hier wird der sturm an er oder jeder ist noch weiter höher weil dann müsste ich doch mal so langsam oder bleibt dann bei 9,0 stehen scheint er bei 9,0 stehen zu bleiben wie viel haben wir 28 na gut bringt jetzt nicht so viel vielleicht 60 pulver jetzt sind wir vielleicht bei 40 pulver na 9,001 na das hasse ich dass das scheiß ding so da muss erst mal warten wenn er hier wieder irgendwie rauskommt der kupferärzler war hier wir brauchen ein kupfer silizium und noch ein wenig eisen und dann sind wir soweit zufrieden eh willst du mich jetzt hier rollen oder was willst du mich wirklich verarschen du scheiß schiff ok das gibt es doch ja nicht eher dass das mir gefolgt oder was hätte ich doch da runter lieber jenseln ach dieses scheiß schiff hier immer eher hier rüber das kann ich doch noch nicht sehen oder ist es ja nicht und wir haben natürlich nicht mehr zum ne haben wir natürlich nicht eh wie kann man denn 40 schuss für so eine blöde spinne ist der latscht man normalerweise drauf eh es leicht frustrierend vor allen dingen mit diesem ja nicht nur kleinen oder dass da oben der backpack hat aber eine schnauze jetzt hier das war doch das nicht oder hallo ich war noch ein anderes backpack gewesen wirst du mein kontos ne ich bin schon wieder irgendwo in schlange ist ja dass die drohnen einerseits zu leicht waren denn nachher ist ja eine sache so dass man aber denn so ein scheiß cv da einbauen muss was eigentlich ja nicht mehr händelbar ist manchmal und man hier nur rein weil ich weiß ganz genau was gleich kommen wird und da braucht man doch nicht anzufangen sorry aber also das haben sie mal wirklich für für den start allgemein haben sie es ein bisschen zu overpowered gemacht naja tun wir uns ein bisschen beruhigen und dann werden wir bei der nächsten feuer weitersehen also bis dahin denn